Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 45 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 750 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Ziggynack -Groen-Groen-Groen-Groen-Groen-Groen-Groen-Groen